Hähähähähähä Wir haben einen kleinen Schraub. Das war's. So, auf der Linkenbahn haben wir hier einen BMW M5 von der Olympischen Union mit 730 PS. Auf der rechten Bahn haben wir einen BMW M5 von Max mit 570 PS. Schnell ist immer gut auf der rechten Bahn. Ja, der 1,514 PS auf der Bahn mit 263 PS kann man sehen, dass der Plan der 1,535 PS. Die 1,514 PS auf der Bahn mit 243 PS. Der FN-Ansport hat die Schuhezeit in der Tür. Die Nähe ist mit 260 kmh durch das Ziel. Und Audi mit 250 kmh.